Hallo und ein herzliches Willkommen zurück zu einem neuen Part von Let's Battle Halo. Ja, das ist ja der vorletzte Part von der Master Chief Collection mit den Let's Battle. Und ja, da sind wir uns auf jeden Fall in der nächsten Szene wieder. So, da sind wir wieder in Anniversary Slayer. Ja, jetzt heißt es Punkte machen, bis es nicht mehr geht. Und, wow, Leute, habt ihr jetzt diese Waffen her? Mann, oh Mann, oh Mann. Mädels, Mädels, Mädels. Wow. Hä? Von wo denn? Ach, von da hinten. Ah, okay. Aha. Von irgendwo da hinten. Ja, auf jeden Fall. Ich habe diesen Modus schon mal getestet. Den Anniversary Slayer. Glaubt mir, der ist nicht so mein Fall. Dann bin ich doch eher hier für Swat oder so. Weil hier vor allem dann noch die Maps, die ich kaum kenne. Und dann dieses scheiß Gekämpfe. Vor allem weil ich dann hier wirklich schwächer bist als in den normalen Halo teilen. Mann. Ja, ich wollte euch mal diesen Anniversary Slayer zeigen, weil... Weil der ist wirklich sehr nervig. Und ja. Da kann man machen, was man will. Schnell hoch, schnell hoch, schnell hoch. Oh, was? Ja, Leute. Jetzt beginnt diese Fehlerei wieder. So. Hast du irgendwas Besonderes? Oh. Fuck it. Ey, das ist gerade nicht der Armst. Und Ena ist wieder draußen. Oh, Mann. Das hasse ich an diesen Sche... Scheiß hier. Ey. Die Runde hat noch nicht mal richtig begonnen. Hm, ich bin weg. Das ist nicht der Modus, den ich haben wollte. Junge, dann kannst du dir das selber nochmal einstellen. Wenn das nicht der Modus ist, den du haben wolltest. Oh, von hinten. Ernsthaft. Es nervt. Wenn du diesen Modus nicht haben möchtest... Alter, von wo denn? Das ist gerade echt nervig. Ja. Man kann keine fünf Schritte machen in diesem Scheiß-Modus. Weil dann... Böhm. Hä, hä. Hast Rüstung verloren. Hä, hä. Da hast du das verloren. Hä, hä. Hä, hä. Oh. Fuck it. Fuck it. Fuck it. Also, ich muss euch sagen, der Modus ist echt sehr belastend. Und weg hier, weg hier, weg hier, weg hier, weg hier. Weg. Ich renne weg. Ja, ich renne, 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 renne weg. Renne weg. Au, 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 au. Und das ist das, was ich so an, an diesen normalen Slayer hasse. Oh, Junge, woher hast du diese Waffe? Man braucht hier echt üble Map-Kenntnis, aber... Aber wenn die dann hier so sind, wie es jetzt hier gerade ist. Oh, ja. Oh, ja. Camp-Monente, aber nichts geschissen bekommen. In den ordentlichen Zweikampf. Betonung liegt auf ordentlich. Und nicht von irgendwo oben rumgurken. Wow, 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 wow. Und das meine ich mit ordentlichen Zweikampf. Es kam zwei. Es kam die zwei. Ihr habt den Begriff von Zweikampf nicht verstanden. Zweikampf heißt nicht hier, dass er zu zweit auf ihn gehen muss. Sondern Zweikampf heißt eins gegen eins. Und ich höre auf alle. Wir rennen zu zweit auf den los. Alter, jetzt war ein Deck da. Naja, ist ja auch die. So. Ist hier irgendwo jemand? Ja, manche haben den Begriff von... Woher hat er den Rocket Launcher? Woher? So, da sind wir wieder in Halo 4s World. Ja, ich wollte euch mal den Anniversary-Modus zeigen. Zeigen, bevor ich hier mit Halo, the Master Chief Collection dann aufhöre. Wollte ich euch noch unbedingt diesen Modus zeigen. Und ich bin so behindert. Und ja, dieser Modus ist echt belastet. Oh, Junge. Oh, wo... Ey. Ja, schön. Team Entführung. Und 199 Mal sterben. Ey, Leute. Es... nervt. Ja, warum läuft denn der nicht? Der ist jetzt gerade gar nicht gelaufen. Der ist an... an diesem Punkt, wo ich zuletzt war, hängen geblieben. Obwohl da nichts war. Der ist genau... hier hängen geblieben. Wink, wink, wink. Ja, diese Innen-Niederlage hat... hat eigentlich meine kleine Siegesserie, die ich... in den letzten zwei Parts hatte... gerissen. was ich jetzt... Gliede finde. Hä? Oh, nee. Wieso verfehle ich denn? Leute. Es nervt. Aber nur dezent. Oh, bin ich behindert heute? Ey, das ist zur Zeit echt nicht... Das sind echt nicht meine Runden. Null... Abschü... Äh... Ja, null Abschüsse. Aber keine Ahnung, wie viele... Fünf Millionen Tote. Ja, und mit fünf Millionen Toten war es jetzt ein bisschen übertrieben, aber... Das musste ich jetzt mal zu... zu knallhart sagen. Weil... Och, ja... Nee, ist klar. Ja, nee, ist klar. Fall runter. Da, wo ich nicht klarkomm. Und dann... Bumm. Headshot. Ey, Leute. Es nervt langsam. Oh, wow. Ich hab mal jemanden mitgenommen. Wow. Ja, nee. Ist klar. Von hinten wieder. Immer nur von hinten. Die kleinen Noobs. Bumm. Headshot. Und das von hinten. Aber nichts anderes können. Oh, bin ich behindert? Ich bin sehr behindert. Mädels, Mädels, Mädels. Es wird nervig. Diesen ganzen Dulli. Weg. Ja. Da springt und kann durch die Wand schießen. Ja, nee. Ist klar. Ja, nee. Ist klar. Und ich bin... Und ich bin Moses. Oh, ja. Der kann auf einmal so... Bumm, 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 bumm. Oh, ja. Nee. Ist klar. Ernsthaft. Bumm, bumm, bumm. Bumm, 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 bumm. Ja. Ja. Wow. So, das sind wir wieder in... Halo 2 Anniversary Sword. Genau die Map, die wir im... ...im letzten Part hatten. Ja, jetzt heißt es nur... ...und versuchen. Oh, Janni ist klar. Der kann auf einmal... ...zu perfekt zielen. Janni ist klar. Und ich hab ihn. Ernsthaft. Wird er mich jetzt... ...wird er mich jetzt ver... ...verkackeiern? Auf... ...vom wo denn? Von hinten. Natürlich. Ist ja nicht so, als... ...zürgen sie nur von hinten kommen. Die klähen. Ja, nee. Ist klar. Der kann so perfekt zielen. Angeblich. Ey. Hm. 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 Na, 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 na. Weg. Auch von wo? Von hinten natürlich. Können die Leute auch mal noch was anderes? La, 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 la. Ah. Fuck it. Na, 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 na. Ja. Und der Seite. Ach, Handy. Halt die Klappe. Ich will jetzt gerade nichts machen. Oh, Janni ist klar. Genau. Ich treffe den... ...Trefferfeedback wird nicht gegeben. Aber den sein Treffer wird angeblich gegeben. Ja, nee. Ist klar, Leute. Das ist diese... ...dieses... ...unfaire von... ...Halo manchmal. Ich mache einen schönen Treffer. Wirklich einen wunderschönen Treffer. Der wird nicht gegeben. Und die können hier keine Ahnung... ...hahaha machen. Aber das sind... Oh, Janni ist klar. Ich springe mal. Mal springe ich und da... ...ist es bestraft. Das ist das Nervige. Janni ist klar. Der Elite kommt da von der Seite. Janni ist klar. Macht ihn's auf. Bett ist. Von wo denn? Sau. Von wo? Von wo? Leute. Weg ist er. Hei, 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 hei. Hei, 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 hei. Verdammt. Verdammt. Ja, Janni ist klar. Ich komme auf die Beine, kam. Wird mein Team leider bestraft. Es tut mir leid, Team. Aber weil hier auch die Treffer manchmal nicht gewertet werden von mir. Was? Wom Boot denn? Ja, nee, ist klar. Die rennen einmal außen rum und treffen alles, aber... Das meinte ich. Das Unfaire an Halo Remastered Chief Collection. Ja, komm! Los! Macht euren letzten Kill und fertig. Ich bleib jetzt... Hier stehen. Ey, Leute, tschüss. Ich hoffe... Wenn euch dieser Part gefallen hat, dann lasst doch gerne einen Daumen nach oben da. Da. Und lasst doch gerne ein Abo da. Unten rechts könnt ihr meinen Kanal abonnieren. Unten links seht ihr die Playlist von diesem Projekt. Und oben links seht ihr das letzte Video von diesem Projekt. Wo die Runden noch schöner waren. Dann auf jeden Fall. Ciao, bis zum nächsten Mal. Euer Kasemann. Ich bin genervt. Und ich bin genervt. Untertitelung des ZDF, 2020